Hit Radio FFH. Achtung, Alexa. Reisebüro Weihnacht, guten Tag. Ja, hallo, hier ist Daniel Fischer. Hallo. Mensch, das klappt wieder prima. Ich habe Sie über meine Alexa angerufen. Aha, was kann ich denn tun? Ja, ich möchte gerne eine siebentägige Donau-Kreuzfahrt machen. Passau bis Budapest ist so die Wochentour. Ja, das klingt großartig, genau sowas. Oh, jetzt klingt es gerade an der Tür, Moment. Ich warte nämlich auf ein Paket. Darf ich nochmal schnell aufmachen? Ja, kein Problem. Bin gleich wieder da, ja? Ja. Hallo, hier spricht Alexa, deine persönliche Sprachassistentin. Möchtest du ein bisschen Musik hören? Ja. Passend zur fünften Jahreszeit habe ich dir was Schönes rausgesucht. Oh Gott, wie fürchterlich. Magst du etwa keine Faschingslieder? Nein. Ich habe fein verstanden. Schön, dass ich deinen Musikgeschmack getroffen habe. Alexa startet die nächste Schunkelrunde. Nicht gut. Soll ich noch ein Faschingslied spielen? Nein. Ich habe Rhein verstanden. Gerne spiele ich dir ein Stimmungslied aus dem rheinischen Karneval. Oh Gott. Da sind wir dabei, da ist es nicht. Das geht ja gar nicht. Dir kann man es ja überhaupt nicht recht machen. Bitte sage mir dann genau, was ich spielen soll. Bitte spiel ein Love-Song. Ich habe a Love-Song verstanden. Alexa spielt dir jetzt Kölner Karnevalslieder. Oh nein. Die Karnevalen zieht weiter, der Sultan hat dusch gesucht. So, da bin ich wieder. Ja, hallo. Alexa, Musik aus. Machen Sie gerade eine Polonaise durchs Reisebüro? Nein, nein, nein. Überhaupt nicht. Aber Alexa hat doch die ganze Zeit Faschingslieder gespielt. Ja, ich war ganz irritiert, weil sie mich nicht verstand. Wenn ich Nein sagte, hörte sie fein. Ach so, Sie sind überhaupt kein Fasennachter. Nee, nicht wirklich. Oh sorry, dann tut es mir leid, dass Alexa mit Ihnen schunkeln wollte. Ist in Ordnung. Jetzt muss ich Ihnen aber auch was verraten. Sie sind nämlich gerade im Radio. Aha. Ja. Jetzt haben Sie mich auf Namen genommen. Ein kleines bisschen. Hier ist heute Radio FFH. Achtung Alexa, jeden Morgen neu in der FFH Morning Show mit Daniel und Julia. Achtung~~~ Achtungagi glücklich ... Vielen Dank.